Ausstellung über Krieg. Heute wurde auf der Darmstädter Mathildenhöhe die Serious Games der Presse vorgestellt. Zu sehen gibt es dort Fotografien, Videos, Computerspiele, Gemälde und Installationen zum Thema Krieg, Medien und Kunst. Diese Ausstellung soll die Ursachen, die Hintergründe und die Folgen der Verpflichtungen von Krieg und Medien darstellen. Und das ist etwas, was uns gegenwärtig ganz besonders berühren muss, weil wir es tagtäglich in den Fernsehnachrichten sehen. Ab Sonntag hat die Ausstellung für Sie geöffnet. Alle weiteren Infos dazu finden Sie unter rtlhessen.de.